9,45 für Anja Wilhelm, die 23. im Mehrkampf der letzten Weltmeisterschaften von Montreal. Heute ist sie als 33. ins Finale gegangen. Mal sehen, ob sie sich verbessern kann. Aber zunächst am Sprung die ehemalige Weltmeisterin Ekaterina Szabo. So, sie ist ja der ruhige, ruhende Pole in ihrer Mannschaft. Steht fast jeden Sprung, so auch diesen. Tsukahara, beziehungsweise Jurtschenko mit ganzer Drehung in der gehockten Position. Der wird von ihr im zweiten Sprung sicherlich auch entweder gestreckt oder vielleicht sogar doppelt versucht werden. Ja, mittlerweile wird sich wohl der Wettkampf auf einen Zweikampf, 9,925 für Ekaterina Szabo, auf einen Zweikampf zwischen der Sowjetrussin Jelena Shushanova und der Rumänien Aurelia Dobre herausschälen. Denn beide haben die gleiche Punktzahl. Und dann wird man gespannt sein dürfen, wie Ekaterina Szabo sich in diesem Feld behauptet. Jetzt, nun der zweite Sprung, wieder die Radwände aufs Brett. In gestreckter Position, leicht angewünscht vor der Landung. Tja, das dürfte mindestens auch wieder über 9,9 liegen. Und eine kleine Verbesserung hervorrufen. Yekaterina Szabo war bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Montreal 1985. Und dann wird sich weiter im Meerkampf und...